In der aktuellen Saison steht Patrick Franziska 14 zu 2, Entscheidungssatz mit 13 zu 11 für sich entscheiden. Es war eine sehr, sehr enge Kiste. Ein Rückschlagfehler von Hugo Calderano besiegelt. Im ersten Satz gewinnt mit 11 zu 4 für den gewinnen. Es setzt sich auch die 14 zu 2 Bilanz an. Jetzt wieder die 7 zu 3 Führung für Patrick Franziska bei Aufschlag von Hugo Calderano. Soll ich Patrick Franziska nicht mit 2 Punkten absetzen kann? Gar keine Aussage. Patrick Franziska mit... Das ist schon gut. Das ist schon ungewollt oder unbeteiligt. Direkt den ersten Match bei kann Patrick Franziska nutzen. Nutzen zum Freude aller Fans hier in der Halle in Saarbrücken. Ein 11 zu 7 im dritten Satz. Patrick Franziska holt damit den ersten Punkt für den 1. FC Saarbrücken Tischtennis gegen die Tischtennisfreunde.